Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, es gibt jetzt endlich wieder Vlogs. Ich dachte mir, ich fange jetzt mal wieder an zu vloggen. Und zwar eine minimale Erklärung. Und zwar hatte ich leider einen persönlichen Vorfall, der mich mega runtergerissen hat. Und deswegen habe ich nicht gevloggt. Aber ja, jetzt wird es mal wieder Zeit zum Vloggen. Und ich habe auch Bock drauf. Und ich habe auch was zu erzählen. Deswegen dachte ich mir, ich fange jetzt wieder an zu vloggen. Und ja, heute ist Montag. Und gestern, am 12.02.2017, war ich endlich, nachdem ich so lange drauf gewartet habe, beim KF-Konzert in Leipzig. Und Leute, oh mein Gott. Es war so ein perfekter Abend. Es war einfach so perfekt. Also, ich habe gar keine Worte dafür. Es war einfach mega, 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 mega schön dort. Da war so krasse Stimmung. Und alle sind abgegangen. Und er war mega glücklich. Und er ist mega abgegangen. Und die Menge ist total abgegangen. Und es war so heftig. Und es war so genial. Und ich blende euch jetzt hier mal mein Bild mit Kai ein. Denn, ja, ich durfte ihn umarmen und habe ein Foto mit ihm. Und, ja, okay. Ich war in diesem Moment so aufgeregt. Und ich habe mich so gefreut. Und er ist so klein. Oh mein Gott. Das wusste ich gar nicht. Ja, in den Videos sehen sie alle immer größer aus. Und, ja, wie gesagt, es war ein mega schöner Abend. Ich habe immer noch keine Worte dafür. Es war einfach mega, mega schön. Und ich hoffe, dass ich bald wieder auf ein Konzert von ihm gehen kann. Und natürlich habe ich mir noch Merch gekauft. Wie soll es anders sein? Und zwar habe ich mir einmal hier diesen Beutel gekauft. Da gehen ja 5 Euro. Werden ja da gespendet. Ich weiß nicht mehr wohin, aber ist egal. Auf jeden Fall diesen Beutel. Und dann noch einen Pulli. Wie, da es so kalt ist. Und zwar ist das dieser hier. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe sein soll. Die ist für mich so undefinierbar. Aber hier steht auf jeden Fall noch das Logo drauf. Und das ist sogar eine Größe größer, als ich eigentlich brauche. Weil die andere war schon raus. Aber der geht gerade so noch. Er ist extrem groß, aber er geht gerade so noch. Und ja, ich musste einfach zuschlagen und kaufen. Und ja, mega nice. Werde ich jetzt die Tage gleich mal benutzen und anziehen und sowas. Und genau. Das war es eigentlich schon erstmal mit dem, was ich erzählen wollte. Und ja, wie gesagt. Ich bin immer noch mega happy, was dieser Abend gestern angeht. Und ja, genau. Ich habe zwar jetzt mega Schlafmangel, weil ich nicht viel schlafen konnte. Aber das war es auf jeden Fall allemal wert. Und ja, dann würde ich sagen, ich melde mich die Tage wieder, wenn es was Neues gibt. Ich esse jetzt lecker Lasagne. Ich hatte mal wieder mega Bock drauf. Die Krust ist zwar hier etwas angekuckelt, aber nicht so schlimm. Und dabei werde ich YouTube-Videos gucken. Und ich habe gerade noch ein Paket bekommen. Und es ist kurz nach um sieben. Okay. Und zwar die Glossybox Young Beauty. Ich dachte mir, ich bestelle mir die auch mal wieder. Und da sind echt coole Sachen drin. Aber dazu wird es ein extra Video geben. Ich denke mal, das müsste am Freitag kommen, wenn dieser Vlog davor kommt. Weiß ich noch nicht so genau. Aber ja, das zeige ich euch auf jeden Fall in einem extra Video. Und jetzt lasse ich es mir erstmal schmecken. Ja, ich melde mich auch mal wieder. Und zwar haben wir heute Samstag. Samstag und ich bin vor einer Stunde von der Arbeit gekommen und habe gerade ein Video gedreht. Und ja, jetzt muss ich mich noch beeilen und alles wieder wegräumen, weil wir dann noch wegfahren werden. Und ja, da werde ich euch aber nicht mitnehmen, weil das ein bisschen zu privat ist. Und ich wollte euch jetzt noch was zeigen. Und zwar stelle ich euch mal in meinen Kleiderschrank, auch wenn es jetzt ziemlich dunkel ist. Aber ich habe mir zwei Pullis bestellt. Nein, einen habe ich mir bestellt und den anderen habe ich gekauft. Und zwar ist das einmal dieser Pulli hier. Den habe ich bei Wish bestellt. Da steht drauf NASA und der ist mega cool. Ich finde den mega schön. Der ist auch so angeraut. Und den anderen, den habe ich gekauft bei New Yorker, glaube ich. Und wo der natürlich jetzt ist, weiß ich gerade auch nicht. Ja gut. Ich habe ihn gefunden. Und zwar ist das dieser hier. Das ist einfach so ein ganz schlichter brauner Pullover. Der ist auch sehr dünn, aber er hat hier, ist der an beiden Seiten an der Schulter ausgeschnitten, was ich sehr cool finde. Kann man das sehen? Ich weiß es nicht, aber sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und ich habe mir noch einen neuen Schal gekauft, aber den habe ich gerade nicht hier. Deswegen kann ich ihn euch gerade nicht zeigen. Ja, und jetzt muss ich erst mal aufräumen und dann geht es auch schon weiter. Ja, nichts mit Wochenenden und Ausruhen. So, wir sind mittlerweile schon wieder zu Hause, beziehungsweise ich. Und ja, ich werde jetzt noch Videos schneiden und noch was für die Berufsschule machen. Und hier noch aufräumen und mir noch eine Maske machen. Und eine Feuchtigkeitsmaske, weil meine Haut hier momentan irgendwie hier um die Stellen rum ziemlich trocken ist. Und ja, das wird jetzt mein Samstagabend werden. Und morgen werde ich mich endlich mal hoffentlich hinsetzen und chillen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat dieser Vlog gefallen. Es ist zwar nicht sehr viel passiert, aber ich wollte halt unbedingt wieder vloggen. Und ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr natürlich alle in der Infobox. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank.